Wir machen einen Kurzfilm mit AI. Kapitel 4, die Musik. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Music Generation Tools. Manche besser und manche weniger gut. Das Besondere an Suno ist, dass es auch Vocals generieren kann. Passend dazu gibt es einen Lyrics Generator. Why Banana Milkshakes are the best. Außerdem ist Suno recht offen, was die Möglichkeiten der Prompts zum Musikstil angeht, während man bei anderen Tools häufig nur aus ein paar vordefinierten Genres wählen kann. Für unseren Trader brauchen wir aber ein bisschen was anderes. Was Atmosphärisches und ohne Vocals. Okay, ich bin ganz ehrlich, das hat ein paar Versuche gebraucht, aber jetzt passt das ganz gut.